Mein Köpfchen ist gerade durch. Das heißt, wir müssen jetzt das nächste Köpfchen machen. Und wir werden uns jetzt diesem wunderschönen Köpfchen widmen. Der Hashtag Shishamudi Hashtag Blumentopf Kopf. Den hat die Tanja gebastelt und wir haben auch auf das Video reagiert, wo die Tanja und wie die Tanja den gebastelt hat. Sah sehr, sehr interessant aus. Jetzt war Tanja letzten Donnerstag bei mir zu Besuch und hat natürlich das Gerät mitgebracht. Donnerstags haben wir nicht mehr geschafft, den zu testen, aber Tanja hat ihn mir dagelassen, sodass wir uns den heute zusammen angucken können. Und genau das werden wir jetzt machen. Was auf jeden Fall schon mal geil ist, ist, dass wir hier einen Zwei-Komponenten-Kopf haben. Das heißt, wir haben den eigentlichen Blumentopf und wir haben den eigentlichen Blumentopf-Untersetzer, der aber eigentlich jetzt unser Blumentopf-Kopf-Depot-Part ist. Macht Sinn soweit, oder? Das heißt, eigentlich könntest du dir von den Dingern hier einfach fünf basteln, kannst das immer auf deiner Shisha lassen und kannst eigentlich immer nur dieses Teil hier wechseln. So, Onmo-HMD gucken wir erstmal, wie der passt. Wir haben hier den Blumentopf-Kopf und der Onmo passt sehr, sehr gut da drauf. Sehr, sehr gut passt der da drauf. HMD geeignet ist der Blumentopf-Kopf. Auf jeden Fall schon mal. Wir werden uns eine Mischung machen aus dem Fog-Your-Life-Draube-Minse. Dann machen wir uns den Kismet-White-Sherry und noch den Black-Carnet von Kismet. Das machen wir. Wir schmeißen einfach nach und nach die drei Tabaksorten rein, gucken, dass wir so ungefähr bei einem Noppenkontakt rauskommen, würde ich sagen. Oh, Digga, der ist schon wirklich leerer, als mir das lieb ist, ne? So, wie immer rühren wir als erstes den Tabak um, wobei ich oft bei Kismet das Gefühl habe, dass das Umrühren eigentlich nur für den Arsch ist, ne? So, dann schmeißen wir da einfach ein bisschen Tabak rein. Also ich gehe das jetzt mal an wie ein normales Meerloch. Das heißt, ich werde versuchen, hier den Tabak einfach fluffig reinzuwerfen. Also wir schmeißen da erstmal unseren Kismet-White-Cherry rein. Ich werde ein bisschen mehr White-Cherry benutzen als Traube-Minze. Und von dem Black-Cain, also ein Cane-Mint-Tabak, machen wir nur einen kleinen Schuss rein. Der ist übrigens sehr trocken. Also Kismet ja sowieso oft auf der etwas trockeneren Seite. So, das reicht schon. Wirklich nur so ein kleiner Schuss für so einen leicht minzigen Geschmack und eine kleine Süße, weil das ja wie gesagt ein Cane-Mint ist, ein Rohrzuckerminze. So, den Rest füllen wir jetzt noch auf mit unserem Focke-A-Life-Traube-Minze. Ich teile das hier mal ein bisschen, dass das gleichmäßig überall liegt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Hitze-Eigenschaften davon. So, und dann machen wir hier drüben noch Full mit dem Traube-Minze. Ich bin sehr gespannt, wie der HMD jetzt schon drauf sitzen wird. Ich habe nämlich Angst, dass das vielleicht schon ein bisschen hoch war. Aber das werden wir auf jeden Fall gleich merken. Man darf auch nicht zu viel andrücken beim Meerloch. Es soll ja schön fluffig bleiben. Dementsprechend ist die Kunst, das angenehm zu verteilen, ohne es anzudrücken. Aber so, wir legen mal ein HMD drauf. Oh ja, das fühlt sich gut an. Das fühlt sich gut an. Er hat Kontakt. Ihr seht es hier so ein bisschen an den Noppen. Da war die Molasse dran. Aber die Flächen vom HMD haben keinen Kontakt. Also eigentlich genau, wie wir das jetzt wollen dafür. Also so wäre das von der Tabakmenge her, glaube ich, richtig. So sieht das Ganze jetzt aus. So ungefähr randhoch. Schön fluffig reinfallen lassen. Einfach nur verteilt, sodass das Ganze schön gleichmäßig ist. Und dann packen wir das Ganze mal auf die Pfeife. So, und dann packen wir erstmal hier den unteren Teil vom Blumentopfkopf auf die Pfeife. Oh, das ist aber sehr, sehr knapp, Tanja. Kopfadapter von der AEON. Und das ist schon wirklich sehr, sehr knapp. Und dann hier vorsichtig ein kleines bisschen rücken und drehen. Hält aber ganz gut. So, jetzt können wir noch hier unseren Onmo mit dem Aufsatz da einfach draufsetzen. Und dann passt das eigentlich. Wenn ich jetzt ein Solaris nebendran habe, ist es wie, das ist ein neues Meme, Freunde. Pass auf, warte. Mama, können wir heute Solaris rauchen? Mama sagt, Solaris haben wir zu Hause. Der Solaris zu Hause. Eine Kohle, zweite Kohle und die dritte Kohle. So, und dann warten wir kurz. Und dann sind wir mal gespannt, was da jetzt gleich mit uns passiert in unserem Köpfchen. Ganz ehrlich, alleine für das Denken außerhalb der Box muss man doch schon mal Credit geben. Wenn es jetzt noch halbwegs tauscht, ist das doch echt nice. Ja, und vor allem ist der ultimativ günstig, Freunde. Der Untersetzer hat, glaube ich, unter einem Euro gekostet. Und der, nee, der Topf hat unter einem Euro gekostet. Und der Untersetzer hat, glaube ich, zwei Euro gekostet. Der ganze Kopf hat dich weniger als drei Euro gekostet, oder? Plus halt die ganze Arbeit, die du reingesteckt hast. Das ist natürlich was anderes, ne? Der Topf hat 79 Cent gekostet. Und der Untersetzer hat 1,29 Euro gekostet. Das heißt, du bist bei zwei Euro und ein paar Cent. Kannst du nichts sagen. Was erwarten wir denn von dem Köpfchen? Ich bin erstmal gespannt, ob der A an dieser Stelle hier dicht ist. Wie gut die Hitzeeigenschaften von diesem herausragenden Ton sind. Und wie der Durchzug sein wird. Weil wir haben vier kleine Löcher in der Mitte. Mal gucken, wie da der Durchzug sein wird. Da bin ich gespannt. Und ob er dicht ist. Da bin ich auch gespannt. So, dann nehmen wir auch den ersten Zug. Bisschen was kommt oben raus. Also, erster Zug. Durchzug ist da. Funktioniert. Ist in Ordnung. Ich merke aber direkt ein kleines Kratzen. Dieses kleine Kratzen kommt meistens dann, also so ein Kitzeln hinten im Kehlkopf. Nicht irgendwie im Mund. Oder das ist schon hinten im Kehlkopf. So ein kleines Kratzen passiert meistens dann, wenn die Performance von Köpfen nicht so gut ist. Das heißt, bei zum Beispiel Edelstahlköpfen ist das oft. Bei sehr dünnwandigen Tonköpfen ist das oft. Bei Glasköpfen kann es am Anfang ein kleines bisschen sein. Könnte mit der Zeit weggehen, wenn sich der Ton richtig erhitzt hat. Bin ich aber mal gespannt. Also ein ganz, ganz leichtes Kratzen, was eben auf die paar Punkte hindeuten könnte. Durchzug ist aber sehr nice. Geschmack ist auch da. Die Theorie dahinter bei dem Kopf ist, dass wahrscheinlich der Kopf an sich jetzt sehr wenig von der Hitzeleistung übernehmen wird. Das heißt, dieser Ton wird wahrscheinlich relativ schwer erhitzbar sein und auch schlecht von den Hitzeeigenschaften sein. Was bedeutet, dass das Rauchen und der Geschmack größtenteils von dem direkten Kontakt mit dem HMD kommen wird. Das heißt, der Tabak kriegt nur relativ direkt die Hitze und das ist auch wichtiger. Also das Indirekte kommt praktisch als zweiter Punkt. Und da wollen wir dann aber, dass sich unser Kopf richtig schön erhitzt und sozusagen wir nicht nur einfach von oben Hitze haben, sondern alles um den Tabak rum auch heiß ist und noch mehr Hitze und auch vor allem gleichmäßigere Hitze an den Tabak weitergibt. Wenn das nicht gegeben ist, kann es halt ein bisschen kratzig werden und ein bisschen flacher werden. So, nächster Zug. Als das Kratzen bleibt, wird es sogar eher noch schlimmer. Temperatur wird aber mehr. Könnte natürlich sein, dass das jetzt nur durch die Erhitzung von dem HMD kommt und gar nicht dadurch, dass der Kopf heißer wird. Wir nehmen jetzt aber schon mal die dritte Kohle runter. Nicht, dass uns das Ganze zu heiß wird. Es wird etwas besser vom Kratzen. Ich schmecke auf jeden Fall ein paar Grundtabaknoten raus, die ich sonst so noch nicht hatte. Also schmeckt auf jeden Fall anders. Ich glaube aber, diese Grundtabaknoten vom Kismet, die ich gerade habe, kommen immer oder immer, was heißt immer, vermehrt bei Kismet in Meerlochköpfen raus. Also ich muss schon mal sagen, es funktioniert auf jeden Fall besser, als ich gedacht hätte. Für einen Kopf, der drei Euro kostet, ist das schon mehr als in Ordnung. Es ist wirklich mehr als in Ordnung. Und es funktioniert wirklich deutlich besser, als ich dachte. Das Ziehen geht so leicht, dass ich aber doch Angst habe, dass er hier ein bisschen undicht ist. Weil ich glaube, normal müsste das ein bisschen schwerer funktionieren. Geschmack ist auch ein kleines bisschen flach. Aber es ist trotzdem interessant. Also wie gesagt, es funktioniert schon mal besser, als ich dachte. Kann man machen. Kann man machen. Auf jeden Fall. Wäre das jetzt kein selbstgebauter Kopf, würde ich sagen Schmutz. Dafür, dass die Tanja in den Baumarkt gegangen ist, einen Blumentopf gekauft hat, das zum Kopf umfunktioniert hat und das alles selbst im Keller gemacht hat und das Ding drei Euro kostet, ist das schon mehr als in Ordnung. Normal würde ich aber wahrscheinlich jeden anderen Kopf, Oblako, Popo, Haifem, Alpaka, Wandenberg, würde ich alles bevorzugen. Also funktioniert alles viel, viel besser. Aber Props an Tanja. Cooles Experiment, witzig gemacht und kann man rauchen. Kann man definitiv rauchen. Also ist nicht das Schlimmste, was ich an selbst gebastelten Dinger jemals probiert habe. Safe.